Hi Leute! Ich möchte euch heute meine ersten Wessin-Teile vorstellen. Ich gieße jetzt seit einer Woche ungefähr Wessin und das ist total geil. Also echt, ich kann es nur jedem empfehlen, das auch zu machen. Hier, mein erstes Herz. Ist ja natürlich noch nicht ganz so schön geworden, aber es gefällt mir eigentlich schon ganz gut fürs erste Teil. Ich rosa Hintergrund gemacht. Die Farbe ist leider geflockt, das war Acrylfarbe und Acrylfarbe werde ich nie wieder nehmen. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Dann habe ich hier eine Blume, ja eine Blume mit einem Schmetterling drin. Blauer Hintergrund. Das finde ich schon viel besser. Das war so ein Kristallsticker. Und dann habe ich weißen Hintergrund genommen. Leider auch Acrylfarbe. Die ist leider auch geflockt. Ja, aber ist trotzdem gar nicht schlecht eigentlich. So, dann habe ich hier nochmal eine Blume, auch mit einem Schmetterling. Diesmal habe ich versucht, eine Wiese nachzuimitieren. Der ist mir echt schon echt gut gelungen, finde ich. Hier mit schwarz im Hintergrund. War auch Acrylfarbe. Diese ist komischerweise nicht geflockt. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Dann muss ich euch mal den zeigen. Der ist so süß. Ich finde den Teddy ja... Ja, Teddy. Ich finde den so niedlich. Davon habe ich auch ganz viele von diesen Babys die gern. Ich werde die alle eingießen. Die sind so niedlich. Auch mit grüner Wiese und dem blauer Himmel. Allerdings ist das ein bisschen schief geraten. Und wieder mal, ja, die Acrylfarbe in Weiß. Aber ich glaube, das ist auch okay so. Also mir gefällt es trotzdem total. Dann habe ich auch nochmal in so einer runden Form. Dann habe ich ein Herz reingelegt. Ein Foliensticker. Hintergrund dann im Blau. Und hier mit so einem Stäbchen Glitter. Ein bisschen verschiedenes Glitter reingetan. Und hier habe ich als erstes das erste Mal Pigmente benutzt. Die benutze ich ja auch für meine Kosmetika. Und das hat wunderbar geklappt. Also bin ich begeistert von eigentlich. Dann habe ich so eine Herzform. Die gab es mal für einen Euro in so einer Zeitschrift. Die ist echt klasse. Also kann man super schön mitgießen. Allerdings ist mir das noch nicht ganz so gelungen wie in dem Glitter. Es kommt überall Glitter immer mit rein. Und dann die weiße Acrylfarbe wieder geflockt. Und ja, mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es nur nicht. Denn hier, das gefällt mir auch eigentlich echt gut. Das ist so eine Elfe in Silber. Das ist so ein, ja, Stoff war das. So ein Stoff, ja, Streuteil. Der mit Violett und Blau. Also ich finde es eigentlich echt schön. Schwarzer Hintergrund. Ich denke mal, die werde ich auch als Taschenbaumlau oder so noch machen. So, ein Herz habe ich noch. Habe ich hier eine Katze. Katzensticker. Das fand ich auch so niedlich. Der mit Silber Hintergrund. Denn hinten wieder weiße Acrylfarbe. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, wo ich Acrylfarbe benutzt habe. Bisschen dicker könnte ich die hinter der Schicht noch machen. Also mir gefällt das so noch nicht ganz. Dann habe ich einen Stern. Stern an Stern, wie auch immer. Mit Silber, ja, Glitter. Und so ein Pünktchen Streusheus. Also mir gefällt das eigentlich echt gut. Denn wie der weiße Hintergrund mit Pigmente ein bisschen durchscheint. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich glaube nicht. Äh, der gefällt mir gut. Das wird auf jeden Fall ein Taschenbaumlau oder... Ja, mal gucken. Dann jetzt passend zu Halloween. Hier einen Stern. Den finde ich ja einfach nur klasse eigentlich. Der ist echt schön geworden. Schön mit lila Hintergrund und schwarz und blau. Also der ist schön. Dann habe ich ja, den hier. Das war in so einem Muffinförmchen. So eine Hadesform. Die machen es nicht eigentlich ganz gut. Nur leider kommt es dann matt raus. Und das gefällt mir eben noch nicht so. Aber ich habe das dann zweimal lackiert. Jetzt glitzt es erstmal ganz gut. Aber ich suche auf jeden Fall noch einen anderen Lack. Also der gefällt mir noch nicht. Ja. Luftballon mit einem Herzchen. Ein paar Herzchen hier drin. Dann habe ich hinten habe ich versucht von einem Textmarker habe ich Farbe mit reingemacht. Ich hätte noch ein bisschen mehr machen können. Und das ist natürlich immer wieder ein bisschen schief geraten. Ich weiß nicht, wieso meistens immer alles schief wird. Ich verstehe das nicht. Eigentlich liegt das gerade. Aber ich weiß es nicht. Dann wieder in so einem Muffinförmchen. Hier so eine Glocken. Ja, eine Lilie ist es glaube ich. Mit Wiese und so. Hinter ein schöner Schmetterling. Und dann Himmel. Allein ist mir der Glitter ein bisschen verrutscht. Also weißer Hintergrund. Wieder mit Pigmenten. Eigentlich ganz gut. Ein bisschen dünn. Dann habe ich mal so aus meinen selbst gegossenen Moles. Oder selbst geformten Moles. Hier so eine Rose. Habe ich mir gemacht. Auch mit Pigmenten gefärbt. Da bin ich am überlegen. Weil ich habe dann auch noch zwei kleine Rosen dazu. Ob ich da mit Ohrringe mache und einen Ketten anhänge. Da bin ich noch am überlegen. Weiß ich noch nicht. Dann habe ich hier ja wieder so ein Baby. Wie gesagt, die finde ich ja echt so niedlich. schön mit Gold und Silber verglittert. Und dann im Hintergrund habe ich Entschuldigung. Das war die Kamera. Die hat einen Abflug gemacht. Nee, Hintergrund war was habe ich da genommen? Ach ja, hier Pastellkreiden habe ich genommen. Das ist wunderschön. Also ich glaube, ich werde nur noch Pastellkreide nehmen zum färben. Das macht sich echt top. Allerdings ist ein bisschen Glitter reingeraten. Das passiert mir auch nur. Ich weiß nicht, wie man das so sauber hinkriegt, dass kein Glitter reinbekommt. So, dann habe ich eine Eule gegossen. Diesmal habe ich bunte Mikroperlen reingetan. Ich finde den Effekt finde ich eigentlich echt ganz schön. Weiß nicht, ob er euch auch so gefällt, aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Dann hinten habe ich blau gefärbt, auch wieder mit Pastellkreide. ein bisschen durchscheint. Transparenz ein bisschen. Minimal. Ja, also der gefällt mir echt super. Dann habe ich immer wieder hier sowas. Zum Halloween jetzt nachher so ein bisschen so einen Charme angegossen. In schwarzem Glitter und Lila. Leider sieht man das Schwarz nicht mehr dadurch, weil ich auch schwarzen Hintergrund genommen habe. Und ja, ich hätte ein bisschen Silber mit reintun sollen, glaube ich. Würde besser aussehen. Aber mir gefällt er trotzdem gut. So. Dann habe ich zwei, die ein bisschen misslungen sind. Der ist ein Beispiel, weil das war auch wieder eine selbstgemachte Form. Und ich glaube, die muss irgendwie schief sein oder so. Weil das ist komplett eigentlich zur einen Seite gelaufen. Das ist hier jetzt mehr weiß. wie hier. Und ja, ist nicht so schön. Also, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich denke, äh, meinen Enkeln oder so schenken, schade um den Sticker. Sonst würde es mir echt gut gefallen. Mal gucken. Dann habe ich noch einen, der ein bisschen misslungen ist. Allein ist echt nur ein bisschen. Also der ist eigentlich noch ganz okay geworden. Eine grüne Eule. Dann habe ich so ein rosa Glitter genommen. Leider, wie gesagt, auch wieder so eine Form. ein bisschen, ein bisschen, ja, nicht ganz so geworden. Voraus geht eigentlich? Fehlt nur hier oben an der Ecke. Da ist ein bisschen zu wenig. Und wie gesagt, weißer Hintergrund. Wieder mit Glitter drin. Nicht so schlimm. Und dann finde ich ja, ist auch eine selbstgemachte Form gewesen. Die habe ich, glaube ich, mal von der Sarah bekommen. Aber, weil die, musste ich unbedingt, musste ich mir das gießen. Weil der sieht meinem Hund so ähnlich. Mein Hund ist Malteser und das ist absolut niedlich. Gefärbt habe ich das mit, äh, Fimo Goldlack oder Goldmetall Zeugs da, so ein Tüpfel. Ich hoffe, ich habe das einfach mal ausprobiert und ich finde das total cool, den Effekt. Das ist einfach genial gewohnt eigentlich. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, ob ich Dekodent-mäßig irgendwas damit mache. Würde ich auch ausprobieren unbedingt. Ja. So, und als letztes habe ich noch ein Medaillon gemacht. Das war das einzigste Medaillon, was ich hatte. Leider in Gold. Ich muss nicht erstmal was Passendes finden. Aber ich finde es echt schön geworden. Also das ist echt, ich denke mal, da werde ich eine goldene Kette ran machen und dann, ja. Ich finde das so schön. Ich brauche unbedingt mehr Medaillons. Ich habe irgendwie noch gar nicht so was. So, wer das hört, Tauschpakete. Ich mache immer gerne Tauschpakete. Könnt ihr mich alle anschreiben. Also, ich liebe Tauschpakete. Und ich freue mich auch total über Eulen oder über Dollys. Also, ich liebe das ja. So, ja. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ich melde mich bald mal wieder. Und ja, schreibt mir Kommentare am besten unter, was euch so schönes gefallen hat und so. Und dann sage ich erst mal Tschüss.